Als diese Goblin-Frau, wie war doch gleich ihr Name? Boxy? Boxy? Moxy? Genau. Egal, jedenfalls erwähnte sie, als sie auf ihrem Weg zum Zeppelin-Wrack hier vorbeikam, dass die Siedlung Morastwinkel in Schwierigkeiten wäre. Anscheinend hatte der abgestürzte Zeppelin wohl Vorräte für die Siedlung geladen. Folgt einfach der Straße südlich von hier, vorbei an den Ruinen der Steinbrecher. Kurz danach solltet ihr Morastwinkel erreicht haben. Sprecht dort unten mit Drasid-Tropfhahn und seht, ob er nicht eure Hilfe gebrauchen kann. Das Licht segne euch. Josef Hown Part David So Wie Teil Vibli erreichen Sprecher Von Es war gut, dass Tabeta euch hierher geschickt hat. Solange der Zeppelin noch nicht geborgen ist, muss ich sie um einige Nahrungsmittel bitten. Leider ist sie selbst gerade knapp an Vorräten. Oh, falls ihr nach einer Herausforderung sucht, ich habe erst kürzlich ein Kopfgeld auf einen besonderen gefährlichen Raptor ausgesetzt. Es ist schön, dass ich helfen konnte.